Deutschland präsentiert Bundestag XXL. Super cool. Los geht's. Versuch mit deiner Figur in den Bundestag zu kommen. Okay, ich würfel. Eine Zwölf. Super. Deine Partei kriegt zwölf Sitze mehr. Ja. Als es überhaupt gibt. Hä? Und damit schaffst du's in den Bundestag. Glückwunsch. Bei Bundestag XXL gibt's nämlich Überhangmandate. Versteh ich nicht. Wirf einen Blick in die Regeln. Überhangmandate entstehen, wenn eine Partei mehr Direktmandate über die Erststimme erhält als, äh... Ach, egal. Die Regeln versteht eh keiner. Aber auf der Verpackung steht doch 598 Sitze. Aber in Zaubertinte, damit man immer wieder was Neues draufschreiben kann. Na gut, äh, dann ist das Spiel jetzt vorbei. War ziemlich einfach in den Bundestag zu kommen. Tschüss. Moment. Durch die Bonussitze kommt jetzt noch extra Verwaltung hinzu. Und das kostet den Steuerzahler jährlich 750.000 Euro pro Bonussitz. Und jetzt, Dreh am Rad. Ereigniskarte. Ausgleichsmandate. Moment, Ausweich was? Ganz einfach. Die hier hatten ja zu viele Sitze. Also kriegen die anderen jetzt auch zu viele Sitze. Und Verwaltung. So wird aus Bundestag XXL, Bundestag XXL XL. Voll unlogisch. Schau mal, wenn dein Bruder viel zu viel Marmelade auf dem Brot hat... Voll gemein. ...möchtest du dann nicht auch viel zu viel Marmelade? Au ja! Und dann will er auch wieder mehr Marmelade. Voll gemein. So wird der Bundestag von Wahl zu Wahl immer größer. Und jetzt, in 2021, sind wir endlich bei... Bundestag XXL XL XXXL. Denn diesmal können wir 800 Sitze schaffen. Vielleicht sogar 1000. So genau weiß das keiner. Komische Regeln. Wer hat die denn gemacht? Na, du und deine Kollegen. So was regelt man als Bundestag am besten selbst. Und jetzt wird es richtig spannend. Ein Lupsi! Ja, kommt unter den Bundestag. Das sieht aber wackelig aus. Spannend, oder? Die neuen Regeln sind so wirr. Nach der Wahl könnte alles wieder vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden. Huch. Oh je, mir ist das zu heikel. Ich finde, es soll einfach 598 Sitze geben. So wie es gedacht ist. Aber dann... Spielst du vielleicht nicht mehr mit. Und das Spiel gehört... ...deinem Bruder. Ah, nee. Wir lassen alles so, wie es ist. Ich gebe doch nichts her, was meins ist. Ich liebe Marmelade. Bundestag XXLXLXXXL.